45 Euro und mit Verpflegung 65 Euro. 65 Euro. Was beinhaltet die Verpflegung da? Alles mögliche. Alles mögliche. Also fängt morgens an mit kleinen Gebäcken, Obst, Getränke, Kaffee. Mittags gibt es schon Snacks. Kann man sich auswünschen von da. Nachmittags wieder auch. 45 Euro kostet das. Das kann man sich für den ganzen Tag mieten. Das ist echt was wert. 65 Euro mit Obst. Es ist Minibar, selbst dabei. Ja, super. Die Menükarte ist hier. Können Sie schauen, was alles drin ist. USB-Stecker für Ihr Handys. Und hier ist dann die Minibar. Super.